Musel Faktor, wir spielen Siedler, äh, genau, das ist die neue Version von Siedler, mit Raketenwerfern und Panzern. Wir hatten das Spiel ein bisschen moderner gemacht. Ja, es dauert noch. Na ja, gut, meine Heimatbasis ist gut gesichert, außer wir greifen wir unten mit Luft einaheinander. Ja, dann, dann muss ich mir was einfallen lassen. Puh, weil ich das so kreativ immer bin. Soll uns da rüberfahren. So, stellen wir sie alle in eine Richtung. Mehr oder weniger Eher weniger Hat ja toll geklappt Gott, mit was ich jetzt mal die Zeitstoffe rumbringe Boah Ja Soll ich das lieber offscreen machen? Eine verdammt gute Frage Schlauer wäre es wahrscheinlich Dann juckt eh kein Schwein, was ich jetzt hier mache Ne, nicht wirklich, ne? Nö, nö, nö Forschung abgeschlossen Jo, die Forschung sind alle abgeschlossen Was ist fertig? Achso, Produktion, okay Dann bist du jetzt automatisch dem dazu gewesen Und jetzt fahrt mal wieder runter Äh Ja gut, ich würde sagen, ich mache das einfach besser offscreen Die Forschung sind alle abgeschlossen Ihr habt gesehen, was erforscht wird, was euch zwar auch nicht interessiert hat, aber mir egal Und deswegen werde ich den Rest erstmal offscreen machen, weil Noch mal 20 Minuten euch den Scheiß anzunehmen Das wir kennen, also dann Bis gleich So, nach dieser Putzenpause geht's nun weiter Ich habe hier so ein bisschen noch aufgebaut Vielleicht sehen kann Und die Zeit ziemlich bis zum geht nicht mal ausgereizt Jetzt habe ich aber nicht mehr viel Zeit, die ich noch groß ausreizen könnte Oh Gott, und ich wäre schon wieder beschossen Dann werden wir die Mission mal zu Ende bringen So, Ende Ja, 16 Sekunden Viel mehr kann ich glaube ich nicht mehr raus Jetzt sind 17, egal Viel mehr kann ich wohl nicht mehr rausschlagen Also lassen wir's Fortsetzen Eintreffender Aufklärungsbericht Commander, wir haben den Ausgangsort der Raketenabschüsse ausfindlich gemacht Dieses Silo war ein Teil des NASA-Bodensystems Unsere Erkundung des Gewindes hat ergeben, dass eine oder mehrere Raketen in diesem Ort zu finden sind Es scheint, dass Vorbereitungen für einen weiteren Start getroffen werden Wir werden derzeit von Nexus-Cyborgs angegriffen und können keine Unterstützung leisten Wir übertragen die Koordinaten einer Landezone in der Nähe der Raketensilos Übertragung der Koordinaten beendet Sichern Sie Ihre Landezone und begeben Sie sich auf den Landweg zu den Raketensilos Um zu zerstören, bevor ein weiterer Start erfolgt Viel Glück, Commander Mission Timer Oh, yes Das heißt, ich muss jetzt all meine Einheiten da runterbringen Inklusive zweier Aufbau-Dinger Die auch gleich mal losfahren Und es gibt nichts Neues zum Erforschen Ja, tolle Sache Gut, eins Ne, ich glaube eins nimmt man hier Stellung Wo ist jetzt mein Commander, mein Guder? Oh, finde den richtigen Commander Mal wieder ein lustiges Spiel für die ganze Familie Echt lustig Boah, das dauert Oh, der ist schon da? Der Nug gibt das hier aber an Ja, schön Ich hab da Video gekriegt Juckt mich jetzt mal grad überhaupt nicht Und was für Produktion ist abgeschlossen? Dich kann ich einstellen, ne? Ja So, da la Oh, du hast doch gerade gleich ein paar gute Einheiten dabei Verfracht bei allen Maranai Hopp, rein da mit euch Jupp Ob, ihr zwei auch noch? Und dann kann das da losgehen So, Gamma Team Mission 2 Ich glaube bei der letzten Mich zu erinnern Nachgesehen zu haben Dass es nur Neun Missionen hier gibt Dat wär schön Dann hab ich Jetzt schon ein Neuntel aller Missionen Und rot gibt mir wieder Radar Daten Wer auch immer rot ist Hm, kann die Karte ganz schön groß machen So Ich sag jetzt lieber nicht Die Karte wirkt zu klein Weil Das war noch nie eine gute Idee Wie das zu sagen Ah, okay Wir speichern erstmal hier So, komm Euch Weiß ich jetzt Alle Es bringt Komm mal dazu Äh Das war jetzt nicht so ganz Sinn der Sache Aber egal Wir brauchen noch viel viel mehr von allem Schick los den Scheiß So Jetzt muss ich gleich mal einen Ort finden Wo ich Technisch hier Na Das sieht doch schon mal ganz gut aus Hopp Schieß mal kaputt Reto Reto Oh Oh Scheiße Oh Shit Okay Ich baue da oben erstmal welche Oh, die zeigen schon da alle meine Einheiten Na komm Macht kaputt Und Boah Boah Da stehen schon die ersten Verteidigungsgebote Mit was schießen die da zur Hölle schon wieder Das will mir nicht gefallen Das will mir einfach nicht gefallen Das will es einfach nicht Hopp Fahr da mal ruf Unfähigen Vollidioten da schon wieder So Und Und So ist viel Energie Achso Die Gebäude werden nicht gebaut Oder wie Also In meiner Heimatbasis Und die Werkzeugreparatur Äh Werkzeugreparatur Was Die Gebäude Die Einheitenproduktion ist auch fertig Aber nur schauen wir doch gleich mal ran Auf was Da ist Geschwindigkeit ist 1 Gut Nicht dass ich da mit der 20-Fahrer Geschwindigkeit reinfahre Und da oben ist Nix Nur Gebäude Die ich nicht angreifen kann Na Wie geil ist das denn Bitteschön Hopp Baut da unten mal noch eins Irgendwohin Naja Nicht unbedingt da Da vielleicht Oh Ich setze ich mal zurück Ins Tal Oh Gott Nicht auf den Commander Der ist doch wichtig Macht mir die Hüte da platt Die Da waren böse Terroristen drin Die mussten Wir mussten sie alle töten Das waren alles böse Terroristen Oh Gott Komm Wir müssen mal ankommen Wird man schon wieder beschossen Ey Was ist denn das Warum sind alle so unfreundlich zu mir Oh Gott Die haben auch Genkiller Oh Shit Oh Shit Oh Shit Oh Scheiße Äh Fährst du da zurück? Äh Was? Nein Da macht die mal platt Hier Ja Ja Den da Oh Schieß halt So Oh Gott Oh Gott Mein Commander Mein Commander Oh Gott Pfff Ihr macht es doch dann wieder dramatisch Du Eieieiei Der darf nicht sterben Der ist so hoch befördert Oh Gott Und warum können die von da oben schießen? Woher bitte? Hallo? Was ist da oben? Oh Gott Oh Verstärkung Verstärkung Yeah Jetzt räume ich auf So Commander zuweisen Neun Transporter Lustig Wie viel kann ich dem noch zuweisen? Fünf Einheiten Also ich brauche noch einen Commander Noch einen Und ich brauche noch einen Habe ich schon einen eingeladen aus Versehen? Nein Gut Ich brauche Wo ist denn meine Wo sind denn meine Commander? Da So Speichern Und nun geht es los Nun aber Nun geht es so los Das geht jetzt weil ich so was von los Ne Boah Die Reichweite von den Ich sehe sie ja nicht Haben mal die Arschlöcher Ich vielleicht soll nicht ein wenig Artilleriebauer nachblödsinn Angriff Mal hier ein Funkturm hier kaputt machen Vielleicht bringt das ja irgendwas Wann bin ich naiv das tatsächlich zu Was ist das? Was haben die da für merkwürdige Waffen? Ach So lange sie meinen Boah Woher schießen denn die? Das ist so unfair Ich kann die nicht ver- Oh Gott Scheiße Die da unten habe ich noch gar nicht gesehen Fahr da mal weg Fahr da mal weg So jetzt fahr da hin Los fahr da hin Mensch Wo fahrt ihr denn weg? Hab ich euch gesagt ihr sollt wegfahren? Nein also Und warum zur Hölle haben die so viele Radartürme? Haben die eine Funkstörung oder was? Was ist das denn für eine Mission? Vernichte die zufällig in die Map gesetzten Verteidigungseinheiten oder was? Äh Gebäude Und da kommt jetzt nicht die richtige Basis Was ist das da schon wieder? Luftabwehrraketen oder was? Warum hab ich die noch nicht? Rassisten Elendige Ich hab keine Luftabwehrraketen Ich will auch Luftabwehrraketen Mann ist das einfach irgendwie Da ist doch irgendwo noch ein Haken dabei Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen Dass das dann alles war Oh Gott Fahrt mal weg da Bevor ihr wieder zerhackstückelt werdet Moment Moment Machen wir es einfach Reparatur Komm Auf Bleib halt Oh nein Ach ja Bleib wieder am Berg hängen Genau Was lieb ich ja Aber irgendwie Da kommt doch irgendwas richtig Mieses glaube ich Komm Fahrt da her Lass doch endlich reparieren Okay Eine Einheit verloren Die muss ich neu bauen Was hab ich denn verloren? Ich baue mal einen Tankkiller Er soll da herfahren Mensch Pff Oh Fahrt halt da rauf Mensch Oh Ich glaub's einfach nicht Sie fahren da einfach nicht hin Dann Dann eben runter Kann ich da noch so wen Einen hinbauen Nein Da hinten Also irgendwie riecht mir die Map nach Sie wird hier oben noch erweitert Wenn du Die Silos Verstärkungen werden eingetroffen Geil Genau Was ich gebraucht hab So Ihr fahrt mal Oh ich weiß ich dem dazu Du lässt dich wieder nicht reparieren Du Arsch Gesicht Lass dich reparieren Und ich schick noch mehr Einheiten los Und boah Ich hab schon ewig die hoch befördert Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Wo hab ich die denn geklaut? Na komm Schieß zurück Geil Ich soll das Raketenwand auf hinzukommen Rasenmäher Sensen Raketen Sense Geh durch wie Bushbutter Hier noch was zum Erforschen Ah das ist ja schön Das wär noch geil Hopp Mach mal den Wald da platt Doch dann eben nett Boah Warum dreht ihr doch immer gleich um Wenn ich euch jemanden angreifen las Was Boah Ihr feigen Mistkerle Oh jetzt dreht halt nicht um Hallo Angreifen und so Weißt Oh man Da Den da Wo fahrt ihr hin? Was macht denn ihr? Mensch Was soll der Scheiß jetzt? Naja Der Kommando natürlich wieder vorne weg Warum dreht ihr denn jetzt gleich wieder um? Oh komm Was macht denn ihr? Ihr sollt den Scheiß Turm angreifen und nicht wegfahren Die fahren halt einfach weg Was soll das? Was? Ach was weiß ich Dreht einfach wieder um und fahren weg Was soll denn die Scheiße? Ja Ich hoffe echt bis in die Basis reinfahren Ich kann erst mal speichern Bevor ich die Mission gleich gewinne Da Kaputt machen Los Ich fahr das bloß nicht wieder weg Was? Jetzt gleich